Bei GitLab bleiben die Fenster geschlossen, da sind nämlich sämtliche Windows-Betriebssysteme verboten. Falls ihr GitLab nicht sagt, das Unternehmen entstand 2011 als Web-Anwendung zur Versionsverwaltung mit Git. Ein Stück weit ist es eine Konkurrenz zu GitHub, doch GitLab ist offener und flexibler, die Software ist quelloffen und lässt dem Nutzer die Wahl, ob man es selbst betreiben möchte, also auf eigener Hardware, auf eigenen Servern, oder aber stattdessen die Cloud-Dienste von dem Unternehmen, das dahinter steckt, nutzen möchte. Über die Jahre wurde es funktionell stark erweitert und ist mittlerweile eine komplette Entwicklungsplattform geworden. Projektplanung, Entwicklungsumgebung im Webbrowser, Softwareverwaltung mit CI und CD, Wikis, sowie viele weitere Funktionen sind hinzugekommen. Um die Software GitLab soll es aber in diesem Video gar nicht gehen, sondern um ein Dokument von diesem Unternehmen, das beschreibt, wie Mitarbeiter ein Notebook als Arbeitsgerät bekommen können. Es ist eine Art Mitarbeiterhandbuch, darin steht für Mitarbeiter eines Beantragen, wann ein Upgrade oder Austausch möglich ist und so weiter. Interessant ist hier der Punkt Laptop Configurations, hier wird beschrieben, welche Hersteller und welche Betriebssysteme unterstützt werden. Dass viele Unternehmen keinen allzu großen Wildwuchs bei ihren Geräten haben möchten, das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Hier fällt aber auf, dass nur Linux und macOS, also Apple-Geräte, genehmigt sowie unterstützt werden. Es geht dabei primär um Sicherheit und um Kosten. Hier haben Mitarbeiter nicht nur die Möglichkeit mit Linux zu arbeiten, Windows ist sogar ausdrücklich verboten. Mittlerweile hat GitLab die Seite etwas überarbeitet. Man kann zum Beispiel in Ausnahmefällen eine Windows-VM beantragen. Hier soll es aber bloß um Support gehen, also für einzelne Anwendungsfälle. Das tägliche Arbeiten damit, das ist ausdrücklich nicht erlaubt. Außerdem soll man bevorzugt Windows ohne Desktop-Umgebung einsetzen, wenn man es denn zwingend verwenden muss. Und was wird da nun konkret angeboten? Bei der Hardware steht im Moment nur Dell zur Auswahl. Dell ist beim Linux auf Desktop-System ein richtiger Pionier. Schon 2007 haben sie damit angefangen, Linux auf den Geräten auszuliefern. Die Kunden konnten sich damit die Windows-Lizenz sparen, die ansonsten im Kaufpreis mit einberechnet ist. Und die Funktionalität mit Linux ist garantiert. Ein weiterer Grund bei GitLab ist, dass die Mitarbeiter auf der Welt verstreut im Homeoffice arbeiten. Und Dell ist hier weltweit so gut vertreten, dass sie in alle Länder liefern. Die Mitarbeiter können sich ihr Gerät selbst heraussuchen. Die Preisgrenze für das Notebook wird dabei von Apple vorgegeben. Und da Apple ja bekanntlich üppige Preise für ihre Hardware verlangt, kann man sich dafür auch bei Dell ein sehr gut ausgestattetes Gerät zusammenstellen. Bei den GNU-Linux-Distributionen haben die Mitarbeiter dagegen deutlich mehr Freiheit. Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, Alma Linux, Rocky Linux und Fedora werden offiziell unterstützt. Mint, NixOS und PopOS dagegen nicht. Doch diese drei wurden von allen Mitarbeitern schon inoffiziell getestet. Hier scheint man also offen dafür zu sein, auch was Neues auszuprobieren, wenn der neue Mitarbeiter sagt, ich hätte gerne eine andere Distribution, die ich schon kenne und mit der ich arbeiten möchte. Die sechs Stück in der offiziellen Auswahl finde ich schon üppig. Damit wäre ich schon zufrieden. In Gitlabs Handbuch gibt es noch weitere Seiten, die zum Beispiel nützliche Werkzeuge und Tipps rund um Linux zusammenstellen. Darin wird zum Beispiel der Versionsverwalter ASDF empfohlen, über den man Kommandozeilen-Werkzeuge zentral installieren und auch in verschiedenen Versionen nutzen kann. Macht das Ganze Sinn, kann man sich jetzt fragen? Zusammengefasst fällt Microsoft schon länger durch schwere Sicherheitsmängel auf. Das betrifft sowohl das Betriebssystem Windows, aber auch die Anwendungen des Konzerns, die man darauf noch zusätzlich installiert, wie zum Beispiel Office und alles, was darin steckt, Outlook und Co. Bei ihren Cloud-Diensten wie Azure und Microsoft 365 sieht es nicht viel besser aus. Auch da hat der Konzern schon mehrfach gezeigt, dass Sicherheit keine Priorität hat. Die schlechte Qualität der Software von Microsoft ist daher der Hauptgrund, warum ständig Unternehmen und auch Privatpersonen erfolgreich angegriffen werden und seit einigen Jahren dann meistens ein Totalschaden mit Ransomware das Ergebnis davon ist. Die indische Regierung hat das schon vor längerem erkannt und wechselte daher aus Sicherheitsgründen von Windows zu GNU-Linux. In meinem Beitrag dazu habe ich auch einige konkrete Beispiele genannt, bei denen Microsoft die Sicherheit ihrer Kunden auf verschiedene Art und Weise gefährdet hat. Und andere Themen wie die Abhängigkeit sind da noch gar nicht mit drin, daher vollkommen logisch und nachvollziehbar, dass man als Unternehmen nicht auf Microsoft angewiesen sein möchte, sondern sich lieber von diesem Konzern unabhängig macht. Es gibt Großkonzerne, die das schon längst machen. Bei Google zum Beispiel würde keiner auf die Idee kommen, einen Haufen Lizenzgebühren an Microsoft zu bezahlen, damit über Telemetrie und Co. am Ende sensible Informationen an ein anderes Unternehmen abfließen können. Plus die Abhängigkeit von zum Beispiel Preiserhöhungen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne zu uns auf ULabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.